Gut, let's go! Fütli! Fütli filmen! Hi! Hallo! Wir sind heute wieder im Scheinerberg. Der Hunzki ist auch wieder mit dabei. Hallo! Hey! Hey du! Hey du! Heute üben wir mit Michaela Sprünge. Ja. Und da hat es auf den schwarzen, ja so schwarz, in Anführungszeichen schwarz, hat es drei schöne Sprünge, die wir jetzt den einen nach dem anderen anfangen lernen. Zuerst der erste und dann der erste und der zweite. Und dann am Schluss alle drei hintereinander. Das ist der Plan, so machen wir das. Und das filmen wir. Schön seid ihr mit dabei. Ich freue mich drauf. Also, jetzt versuchst du mal nach vorne rein zu fahren. Wann willst du ein bisschen lupfen? Ja, fährst du mal den ersten und den zweiten. Erst und den zweiten? Ja. Und dann haltest du an, bevor das Ding kommt. Dann musst du auch nicht fahren. Okay. Und dann machen wir mal den ersten, zweiten und den dritten. Jawohl. Und dann am Schluss fahre ich hier hinten rein, mache Follow Cam und fahre wir alles durch. Geil. Ist es gut? Ja, perfekt. Dann fahre wir hier durch. Dann ist da der erste. Der erste, der kann man rollen oder man kann entspringen. Dann geht das Loch runter. Dann kommt da der erste Sprung. Ein kleiner Gap. Und da vorne ist dann der zweite. Jetzt fahrt sie mal beide zusammen. Ja, ganz schön. So wie? Als erstes habe ich nicht gesprungen. Warte den Ober? Bist du gefahren? Ja. Der ist noch etwas weit, oder? Ja. Den können wir noch raus. Aber der dritte, können wir dann noch machen? Den dritten geht gut, aber den vierter geht gut. Den lassen wir noch aus. Das ist eine blöde Landung. Da müssen wir am Schluss mehr Speed haben. Aber geil, cool gemacht. Jetzt alle drei? Also sie versucht jetzt das erste Mal zu springen. Das ist ein verrücktes Huhn. Es sieht da so easy aus, aber beim Springen ist das noch scary. Yes! Du Wahnsinnig! Voll geht's! Yes! Du bist schon ein bisschen verrückt, Huhn. Wieso? Ja, sie fragt sie wieso. Das kommt mir ja gut raus. Das kommt mir ja gut. Ist das nicht gut gefahren? Ja, ist das super. Also komm, geh mal wieder runter. Nimm dein Auto mit. Ist das auch gut gefahren? Jetzt machen wir ja voll okay. Ja, ist das super gewesen. Ich habe es gut gefunden. Ich habe Freude gehabt. Ja. Du bist die Zähne. Absolut super. Wolltest du nicht auf die blaue, gerade noch über das Holzgedäun sehen? Ja. Oder willst du rechts, wo es noch ein bisschen mehr Jump hat? Okay. Sag ich aber nicht, wo ich durchfahre. Du fährst... Ich weiss nicht, ob ich falsch fahre oder... Okay, du fährst voraus. Egal, wo dich der Weg durchfährt. Gut, du kannst gehen. Wenn du bereit bist. So gut. So gut. Den Whale-Tail lassen wir raus, he? Den Whale-Tail lassen wir raus, Lader. Also dann kommen wir ein anderes Rad. Oh, das ist die Schmerz, aber ist auch gut. So gut. Achtung. Das ist die Schmerz. Achtung, da vorne hat sie Ding. Aber ich glaube, der ist echt kaputt jetzt. Das ist die Schmerz. Ja, kommt auf. Ja. Ja. Und der fährst du hier, oder? Ja, der ist der. Ja, der ist der. Ja, geht gut. Das ist die Schmerz. Das ist der Schmerz. Das ist das, die Schmerz ist das. Ja. Das ist das. Das ist das Was feippt denn da so? Kimba? Aus! Aus! Jetzt haben wir heute sogar noch den Hund dressiert als offizieller Trail Doggy. Bist du Trail Kimba? Mega herzig, wir müssen noch ein paar Sachen optimieren, aber das müssen wir ja bei mir auch. Aber ich finde sie hat das mega gut gemacht. Schreibt sie in die Kommentare, ob sie es wirklich mega gut gemacht hat. Ich habe es super gefunden. Ich habe es auch super gefunden. Nein, sie hat es mega geil gemacht. Also ich habe jetzt nicht gross Angst gehabt oder so. Am Schluss hast du sogar noch die Schwarzlinge gefahren, weil ich immer falsch habe. Nein, ich bin einfach wieder falsch gefahren, aber das schneiden wir ja raus. Ja genau, das haben wir gesagt, wir schneiden jetzt raus. Hey, du hast gesagt, du schneidest es raus. Ja, ja, ich schneide es raus. Also wenn ihr es jetzt gesehen habt, dann habe ich es rausgeschnitten. Ja, genau. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Nein, aber danke vielmals fürs Zuschauen. Es war wieder herrlich mit euch. Es war wieder herrlich mit Michaela. Sie hat das super gemacht. Ich hatte mega Freude heute. Ich habe auch wieder einmal den besten Lehrer dabei. Ja, ja. Also was heisst wieder einmal? Ich habe ja eh den besten Lehrer dabei. Ja, ja. Und darum ist das mega lustig. Ja, ja, ja. Das schneidet er sicher auch wieder raus. Jetzt werde ich sicher ganz rot. Und ich bin jetzt von der Mucke gefressen. Ja, ich auch. Also komm, wir packen sie zusammen und dann gehen wir. Geil. Also Schienenberg, wieder super. Tschüss. 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 Krimpah high. Tschüss. 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 Oh man. Tschüss. 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 Musik. Bis zum nächsten Mal.